Nordafler entwickelt und produziert Möbel für Menschen, die machen. Der Büromöbelmarkt hat sich sicher verändert. Das Office hat jetzt neue Funktionen. Sei es jetzt sich zu treffen, Ideen auszutauschen und damit ist auch die Möblierung, wird eine neue, eine andere sein. Und das spüren wir eben auch. Wir schauen sehr lange schon auf Nachhaltigkeit. Die Produkte halten ganz lange. Unsere Produkte sind nach 20 Jahren immer noch funktionsfähig. 90% der Produkte gehen in Decken verpackt raus zum Kunden. Die Decken werden wieder zurückgeschickt und die neuen Produkte eingepackt. Außerdem versuchen wir in der Umgebung unsere Produkte zuzukaufen. Wir verwenden zum Heizen Holzzägespäne, also aus unserer Produktion den Abfall. Das wichtigste Vorhaben dieses Jahr ist die Photovoltaikanlage am Dach. Es ist auch angedacht, unseren Parkplatz zu überdachen und eben mit Photovoltaik auszustatten, sodass wir entsprechend unsere Produktion eben mit der Sonne versorgen können.